Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Achievement hier in der Bastion. Und zwar habe ich mir das hier schon rausgezogen. Das schimpft sich Splitterpartie und das finden wir einmal unter Erkunden und dann Shadowlands. Und was müssen wir dafür machen? Wir müssen insgesamt 50 Anima Kristallsplitter in der Bastion sammeln. Und alle 50 finden wir nicht direkt in der Bastion, sondern 45 haben wir in der Bastion und 5 sind noch in Instanzen. Und ja gut, es sind die zwei Instanzen hier einmal in der Bastion, aber die werden wir uns dann am Schluss noch angucken. Ich habe mir hier schon so ein Add-on geholt, wo wir die auf der Map sehen. Und zwar heißt das Add-on hier Handy Nodes und dann Shadowlands. Hier oben rechts steht es auch. Und dann könnt ihr euch einfach, wenn ihr hier auf diese Kiste geht, die Splitter anzeigen lassen. Es gibt hier auch noch ein paar andere Sachen, die ihr von Achievements euch anzeigen lassen könnt, falls ihr das ein oder andere Achievement auch noch machen wollt. Dann seht ihr die schön auf der Map. Die sind aber tatsächlich ein bisschen versteckt. Heißt, wir müssen öfter mal den Goblin-Gleiter-Bim nutzen oder andere Fähigkeiten. Denn Venture-Char ist da tatsächlich von Vorteil. Diese Splitter sind tatsächlich auch so, dass die accountweit funktionieren. Heißt, ihr könnt einen Splitter mit Char A, einen Splitter mit Char B und einen Splitter mit Char C holen. Das zählt anscheinend dann komplett in das Achievement rein. Ich werde es jetzt so machen, dass ich mir die ganzen Splitter, hol euch alle Positionen auch zeige. Falls euch das Add-on nicht reicht, könnt ihr euch dann die, weiß nicht wie lange das Video wird, noch mit angucken. Schnipps leuchtet es so ein bisschen zusammen. Ich werde nämlich wahrscheinlich auch einige Fehl-Tries haben. Mir wurde hier im Stream auch schon erzählt, dass es nicht so ganz einfach sein soll, an manche ranzukommen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt schon mal den ersten an. Ich befinde mich hier in der Bastion auf den Koordinaten 4077 und hier unten haben wir den ersten Splitter. Und wir sind ganz normal hier aus diesem kleinen Gebäude. Und der erste Splitter, der befindet sich einmal unter uns. Und dafür zieht ihr am besten, wenn ihr euch einen Goblin-Gleiter geholt habt, einfach einen Goblin-Gleiter und fliegt hier unten rein. Ich werde mir jetzt mal den ersten Goblin-Gleiter sparen, einfach runterspringen, meinen Sprung einsetzen und dann sind wir hier unten drin. Und ihr seht, hier haben wir einen Splitter, der heißt Anima-Kristall-Splitter. Den können wir einfach anklicken und zack, dann haben wir eins von 50 eingetütet. Und ja, wenn euch jetzt das Add-on nicht reicht, dann könnt ihr euch jetzt die anderen 50 Splitter auch noch anschauen. Ich mache mir jetzt mal einen Timer und schaue mal, wie lange ich insgesamt brauche. Dann könnt ihr, wenn euch das interessiert, mal ans Ende des Videos skippen und schauen, wie lange ich gebraucht habe, um alle Splitter einzusammeln. Mal gucken. Mir wurde gesagt, zu zwei Stunden kann man da gut unterwegs sein. Mal schauen, ob ich länger brauche als zwei Stunden. So, dann sind wir beim zweiten Spot. Und zwar bin ich hier bei den Koordinaten 46, 65. Und dort haben wir einen Splitter, der auf so einem umgefallenen Steinbogen liegt. Und da bin ich jetzt gerade schon am versuchen, dass ich da rankomme. Wir müssen da, ja, hier ganz hochlaufen. Also, da sind wir hochgekommen. Jetzt laufen wir hier dieses Konstrukt hoch. Und da unten liegt der. Das Problem ist, ich muss mich da so ganz langsam annähern. Ich versuche das jetzt mal hier mit rückwärtslaufen. Ach, come on. Irgendwas muss ich anders machen. Vielleicht muss ich da auch einen Goblin-Gleiter benutzen. Jetzt probieren wir es nochmal. Einmal noch hoch. Eventuell kann ich so rauf. Kann ich, ah, schau mal, hier kann ich ihn anklicken. Okay. Also, wir müssen nicht rückwärts runterfallen, sondern wir müssen einfach auf dieses kleine, diesen kleinen Vorsprung. Und dann können wir jetzt einmal klicken. Und, tadaa, wir haben den zweiten Splitter eingeheimst. Ach so, und ich wollte noch erwähnen, wenn ihr einen Venture-Char habt, tut ihr euch wesentlich leichter, das Ganze zu machen. Und da könnt ihr nämlich dieses Venture-Portal benutzen und müsst halt nicht auf Teufel komm raus gucken, dass ihr dementsprechend hier diese, diese kleinen Schritte macht, wie ich jetzt gerade, wo wir runtergefallen sind. Wäre eine Option, dass vielleicht auch, wenn ihr einen Twink habt, mit einem Twink-Venture, könnt ihr auch die Splitter looten. Und das zählt hier auch mit in das Achievement rein. Dann sind wir jetzt am vierten Spot. Und zwar bin ich jetzt von dem hier runtergelaufen, hier hin, hier zu einem kleinen Vorsprung. Und zwar sind wir auf den Koordinaten 43, 75. Und da könnt ihr einfach hier weiter runterlaufen, springt dann hier auf diesen Vorsprung. Und hier bei dem Wasserfall ist der nächste Splitter, den wir uns holen wollen. Und ja, da bin ich jetzt schon oberhalb des Wasserfalls und hier unten sehen wir schon den Splitter. Und eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, eigentlich kann ich es hier gar nicht verkacken, aber naja, wir werden sehen. Also hier, warte mal, ich mache jetzt mal fix den Typen lang. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ganz, ganz langsam, ganz, ganz langsam hier rückwärts laufen. Und da, nice, okay, dieses Mal haben wir es geschafft. Das war das erste Mal, First Try hier geschafft. Wunderbar, dritten Splitter haben wir damit auch eingeheimst. So, dann bin ich am vierten Spot angekommen. Und zwar sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 52, 74. Und wir wollen hier bei dem Wasserfall einmal den Splitter hier unten holen. Und dazu gehen wir bei der Brücke hier einmal runter. Und dann haben wir hier unten einen Splitter, der ist hinter dem Wasserfall. Und jetzt könnt ihr hier einen Goblin-Gleiter benutzen, einmal ein bisschen rausfliegen und so rein. Ich versuche mir den jetzt mal zu sparen und springe darüber und setze meinen Druid-Jump ein. Was halt jetzt auch hier wunderbar funktioniert hat. Hust, hust aufs erste Mal. Nein, ich habe einen Try schon verbraucht oder zwei. Aber das ging eigentlich relativ gut. Wie gesagt, wenn ihr jetzt keinen Druid seid, den Sprung nicht habt, einfach hier einen Goblin-Gleiter hier rüberfliegen. Sollte es auch tun. Ihr müsst aber ein bisschen gucken. Die Goblin-Gleiter haben ein bisschen Abklingzeit und ihr braucht die bei mehreren Dingern. Deswegen überall, wo ihr keinen Goblin-Gleiter einsetzen müsst, setzt am besten auch keinen ein. Dann kommen wir zum Fünftschussplitter. Und zwar da, wo wir jetzt gerade waren. Hier haben wir ja gerade unter dem Wasserfall das Ding geholt. Und ein paar Meter weiter, hier unter dieser Brücke, im Wasser, befindet sich der nächste Sprung. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, bei dem Handy Neo Shadowland steht auch immer eine Notiz dabei, wo das Ding ist. Das ist recht praktisch, falls ihr das über das Add-on machen wollt. Also wir schwimmen hier unten rein. Und dann haben wir einfach hier unter der Brücke ein Kristall zum Anklicken. Einfacher geht es eigentlich nicht. Und damit haben wir uns schon die ersten fünf eingeheimst. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 56, 74, so rum. Und dort haben wir einen kleinen Kristall, da stehe ich jetzt fast schon drauf, auf, ja, in so einem kleinen Brunnen drin. Da müssen wir uns von oben quasi runterfallen lassen, beziehungsweise reinspringen. Also ihr seht, ich bin hier, hier ist der Weg rein. Und hier oben stehe ich drauf. Und wir müssen jetzt quasi da in diesen Brunnen rein. Und, ja, I don't know. Ach, okay, das war schon mal nix. Ich glaube, ich muss ein bisschen, von ein bisschen weiter drüben, muss ich reinspringen. Das ist halt Minimeterarbeit. Easy. Und ich habe es einfach nur drauf reingesprungen. Und wir haben das Ding. Und jetzt gehen wir, würde ich sagen, zum nächsten weiter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar seht ihr, wir sind in luftiger Höhe. Wir sind einmal hier Spitzen der Reinheit. Und hier ist es so, dass ihr hier unten erstmal hinlaufen müsst. Da habt ihr einen Port. Der bringt euch hier nach oben. Und dann seid ihr quasi oben auf der Plattform. Also der Port kommt hier raus. Und da unten auf der Plattform ist es. Also ihr lauft hier quasi runter. Lauft hier hoch. Habt da auf der Plattform einen Port. Bringt euch hier hoch. Und dann müsst ihr quasi hier nach links rumlaufen. Und hier hinter der Säule hier liegt der nächste Splitter. Das ist dann Splitter Nummer... Achso, der muss im Sichtfeld sein. Jetzt nichts verkacken. So, jetzt ist er im Sichtfeld. Dann klicken wir ihn an. Und damit haben wir Splitter 7 eingetütet. Und können dann einmal weitergehen. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich hier auf den Koordinaten 47, 72. Und ich versuche hier aufs Dach rüber zu gleiten. Gleich mit dem Goblin-Gleiter. Und dann auf einem von den Bögen diesen Splitter aufzusammeln. Und wie wir hierher gekommen sind, werde ich euch mal zeigen. Man kann hier unten aus dem Lager quasi hier hochlaufen. Einmal da außen rum. Hier rum. Und dann stehen wir quasi hier oben auf dem Plateau. Und jetzt ziehen wir hier in den Goblin-Gleiter. Und wollen einmal hier auf dieses kleine Vordach kommen. Und jetzt springen wir nach vorne. Und sind jetzt quasi hier in dieser Zwischenebene. Und jetzt wollen wir quasi einmal hier runter. Und da können wir jetzt einfach springen. Oder wir machen es auf Save und benutzen hier einen Toy. Das schimpft sich lebhafte Drachenfeder. Und dann können wir hier ein bisschen langsamer runtergleiten. Ihr könnt aber auch einfach springen. Ich will jetzt aber nicht nochmal hier verkacken. Hier wird schon ein paar Goblin-Gleiter hier rausgehauen. Und dann können wir einfach hier den Kristall anklicken. Und haben acht Stück. Das war jetzt bis jetzt das schwerste. Das habe ich jetzt glaube ich fünf, sechs Mal probieren müssen. Tatsächlich, bis ich das geschafft habe. Zu dem Toy habe ich glaube ich auch schon mal einen Toy-Guide gemacht. Den kann man einfach in Adenwald voluten. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach hier, wenn ihr richtig springt, kommt ihr hier auch her. Damit habt ihr dann so ein bisschen eine langsamere Fallgeschwindigkeit. Eine, keine Ahnung, eine Feder vom Mage oder Priester. Da haben wir auch Slowfall. Könnt ihr dann natürlich auch einsetzen. Genau. Also wie gesagt, hier unten lauft ihr einmal hier den Berg so hoch. Hier auf die Plattform. Dann auf das erste Ding draufgleiten. Ihr könnt dann auch erst auf die Mitte springen und dann hier. Oder ihr springt halt gleich auf das Seitenteil. Und von dem Seitenteil quasi hier auf den Torbogen. Und dann das Ding looten. Ihr könnt glaube ich auch hier hinspringen. Da rutscht ihr noch nicht ab. Dann könnt ihr es auch looten. Und ja, das war bis jetzt eins der schwersten. Da habe ich jetzt am meisten Tries bis jetzt drauf verbraucht. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar zeige ich es euch auf der Map. Wir sind hier bei den Koordinaten 55, 84. Und wir wollen uns jetzt den Kristall hier oben über dem Hülleneingang holen. Und dazu können wir einfach seitlich hier hochlaufen. Ihr seht, hier ist die Treppe runter. Und da hinten der Hülleneingang. Und wir laufen jetzt einmal hier hoch. Und dann versuchen wir hier seitlich rüber zu kommen. Da seht ihr, hinten ist der Kristall. Da gehe ich jetzt mal aus der Gestalt raus. Wir müssen nämlich hier ganz an der Wand lang schaben. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis hier hin. Und da geht es dann nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir hier nach vorne. Und jetzt springen hier drauf. Und dann können wir einmal hier den Kristall anklicken. Und haben dann damit den neunten Kristall insgesamt. Dann würde ich sagen, schauen wir zu den nächsten weiter. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf der Map bei den Koordinaten 57, 80. Und wir wollen jetzt hier einen kleinen Splitter holen, der oberhalb von einem Wasserfall sein soll. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht so hundertprozentig ausgemacht. Also wir sind jetzt hier gerade hochgelaufen. Wir tun uns da jetzt einmal langsam rantasten. Ich springe jetzt mal hier runter. Und ja, hier soll der irgendwo sein. Anscheinend da unten irgendwo. So, ich springe jetzt mal nochmal ein Stück rüber. Also von hier sehe ich ihn noch nicht. Ich glaube, ich muss noch ein Stückchen runter. Wir springen jetzt einfach mal hier runter. Und ach, okay. Der ist einfach hier quasi in dem Becken drin. Okay. Ich dachte mir jetzt schon irgendwo, ich muss wieder auf so eine mittlere Ebene, wo es schwer ist hinzukommen. Aber hier habt ihr gesehen, man müsste sich einfach nur runterfallen lassen und hat ihn direkt. Okay. Das war ein relativ einfaches Ding. Warte mal. Könnte man sogar wahrscheinlich von hier aus hin, oder? Ja. Da hätte man wahrscheinlich sogar auch von unten von dem Becken hier hingekonnt. Okay. Gut. Ich habe jetzt halt den umständlichen Weg von oben genommen. Aber ihr hättet auch von unten ran laufen können. Sehe ich gerade. Gut. Das war dann Nummer 10 an der Stelle. So, dann kommen wir zum nächsten Splitter. Und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 53, 80. Und hier haben wir einen Splitter, der sich hier, wie ihr vor mir seht, auf einem von diesen, ja, Pfählen befindet. Und da könnt ihr einfach mit dem Goblin-Gleiter hier runterfliegen. Oder ihr macht es wie ich gerade. Das habe ich zu spät auf die Aufnahme gedrückt. Ich habe hier nochmal eine aus dem Spielplatz geklippt. Ich bin einfach mit dem Druid-Sprung, habt ihr gesehen, so rübergesprungen. Und habe mich leicht gefreut, dass es geklappt hat, tatsächlich. Ein Gott bin ich. Aber jetzt habe ich es leider nicht aufgenommen, ne? Ne, aber wir haben es im Clip. Also, so könnt ihr auch mit dem Druid-Sprung, wenn ihr den Hub drüber springt. Oder ihr nehmt einen Goblin-Gleiter und fliegt von da oben runter. Das geht auch, ja. Aber, wie gesagt, Goblin-Gleiter haben halt immer Cooldown. Und ihr braucht den halt hier öfter. Deswegen sparen ist da ganz gut. Sonst müsst ihr immer ein bisschen länger warten. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar einmal hier auf den Koordinaten 60, 87 befinde ich mich. Ich bin jetzt einmal hier hoch gehartscht und hier rüber. Und sobald ihr hier seid, wollen wir hier hinter zu dem Splitter. Und den kriegen wir eigentlich relativ einfach. Also, da laufen wir halt hier hoch, hier rum und halt, ich muss hier runter. Einmal hier runter. Und dann ist der da hinten einfach in der Ecke drin. Heißt, nicht irgendwie krass rumjumpen, sondern einfach hier an der Seite looten und fertig ist. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also, wir befinden uns dann hier unten, ne? Auf den Koordinaten 61, 86. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier unten bei den Koordinaten 58, 63. Und hier haben wir hinter einer Treppe einen Splitter. Und zwar lauft erst mal die Treppe runter. Und dann müssen wir einmal hier hinten rum. Und dann, tada, haben wir hier den Splitter. Können wir anklicken. Und haben dann Nummer 13 in meinem Fall. Dann sind wir jetzt auf dem nächsten Spot. Und zwar auf den Koordinaten 54, 59. Und jetzt müsst ihr hier unten in diesem Flussbett langlaufen, bis ihr hier zu der Brücke kommt. Dann ist eh Ende im Gelände. Und hier in der Ecke haben wir dann einmal so ein Gefäß. Und in dem Gefäß befindet sich dann unser Splitter. Und damit habe ich dann Splitter Nummer 14 eingetütet. Ich zeige es nochmal. Also hier im Flussbett unten, ne? Und dann hier an der Seite befindet sich der Splitter. Gut, dann sind wir gleich am nächsten Spot. Und zwar hier ganz in der Nähe haben wir hier oben bei den Koordinaten 57, 55 an dem Baum. Einfach den Splitter liegen. Also nicht großartig rumjumpen, sondern einfach hier, seht ihr das, die Straße. Und hier an dem Baum liegt dann direkt der Splitter dran. Anklicken. Und damit haben wir Nummer 15. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier ein bisschen weiter jetzt rüber gelaufen. Hier auf den Koordinaten 50, 55. Und hier müssen wir von oben auf so eine Holzkonstruktion drauf springen. Und da ist ein Splitter und da sind jetzt wieder ein bisschen die Jumpskills gefragt. Aber da ich ja krass bin, schaffe ich das hier gerade zum ersten, aus dem First Strike quasi, Splitter eingetütet. Und ja, muss ich eigentlich nur runterfallen lassen. Also das kriegt tatsächlich auch ich hin. Hier, ich zeige es nochmal auf der Map. 50, 56 ist es hier auf der kleinen Holzkonstruktion. So, da la, wir sind am nächsten Spot angelangt. Und zwar bin ich jetzt bei den Koordinaten 51, 47. Und jetzt sind wir auf dieser fliegenden Plattform Heldenrast, schimpft sich die. Und hier müssen wir einen Splitter holen, der sich nicht auf der Plattform befindet, sondern ein bisschen drunter. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, ob wir da hinkommen. Also, hier haben wir den Port nach unten und den Flugmeister. Und jetzt ist es so, dass wir hier hinten rum, hier bei der Treppe rum müssen. Und da unten drin, jetzt müssen wir langsam uns nach vorne tapsen, da unten hinten drin befindet sich der Splitter. Uh, okay, ich bin fast runtergeflogen. Also ihr seht, hier ist er drin. Da müsst ihr kleine Schritte machen, dass er nicht zu weit fliegt, sonst landet ihr da unten. Wir haben ihn einmal angeklickt und tatsächlich, first try hat es hier geklappt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir auch wieder rauskommen. Ja, wunderbar, alles kein Problem. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt und zwar hier auf den Koordinaten 65, 43. Und hier müsst ihr nach oben laufen und hier oben in einem Bücherregal befindet sich das drin. Also ihr seht, hier sind wir auf der oberen Plattform. Und hier im rechten von den beiden Bücherregalen befindet sich das Ding drin. Einfach hier einmal draufklicken und dann habe ich mittlerweile schon 18 Splitter. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt und zwar hier auf den Koordinaten 72, 39. Und hier haben wir an der Kante hier unten einen Splitter. Und wie ihr seht, ist der einmal hier unterhalb der Kante. Also er läuft hier ganz hoch und dann hier unterhalb der Kante. Und ich werde jetzt hier einen Goblin-Gleiter nehmen und gleich hier so reingleiten. So, hat wunderbar funktioniert, wie ihr gesehen habt. Man kann wahrscheinlich auch versuchen, da irgendwie drauf zu springen, aber ich würde euch raten, lieber einen Goblin-Gleiter zu nutzen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, den drücken wir. Und ja, dann müssen wir mal gucken, ob man... Warte mal, hätte man hier einfach auch rüberlaufen können? Oh, ja. Okay, ihr könnt euch den Goblin-Gleiter sparen. Man kann da einfach rüberlaufen. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Okay, es wäre viel einfacher gewesen, als ich dachte. Okay, ihr könnt euch den Goblin-Gleiter sparen und einfach rüberlaufen. War doch nicht so kompliziert. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier unten bei der lysischen Festung, hier ein bisschen drunter, auf den Koordinaten 66, 27. Und hier müssen wir unter der Plattform einen Kristall holen. Und ihr seht, hier haben wir diese Plattform. Und hier können wir einfach unten reinlaufen. Diesmal braucht ihr definitiv keinen Goblin-Gleiter anklicken. Und damit habe ich den 20. Kristall gelootet. So, wir sind am nächsten Spot angelangt. Diesmal sind wir hier auf die Koordinaten 57, 28. Und hier unten haben wir an der Ecke eines Tisches einen Kristall. Und zwar hinter dem großen Dude hier, an dem einmal vorbei, an dem Tisch. Und hier hinten, an der Ecke seht ihr das, hinter der Lampe versteckt, haben wir den nächsten Kristall, Nummer 21, eingetütet. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 55, 43. Und wir müssen jetzt einmal in die Hallen der Bestien rein und wollen uns diesen Anima-Splitter holen. Heißt, hier einmal in die Höhle reinlaufen. Und dann müssen wir da einmal ein bisschen durchhatschen. Und am Ende müssten da so ein paar Fässer stehen. Und hinter den Fässern müssten wir den Kristall finden. Ah, seht ihr, das Add-on zeigt es uns tatsächlich auch hier mit auf der Map an. Da hinten sind die Fässer. Gucken, ob uns die Viecher nicht unterbrechen. Und hier hinten müsste dann der Kristall sein. Ah, seht ihr, da liegt er oben. Ah, die unterbrechen uns. Okay, eventuell müssen wir die kurz umboxen. Die lästigen Viecher. So, umgeboxt. Kristall können wir looten. Und dann haben wir damit, ähm, ja, schon Nummer 22 eingetütet. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar, ich befinde mich jetzt hier auf den Koordinaten 52, 39. Und hier haben wir eine Steinsäule, wo ich jetzt gerade schon draufstehe. Und dort ist dann unser nächster Anima-Kristall-Splitter drauf. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich bin jetzt hier hochgelaufen. Und, ähm, von hier einfach mit meinem Druid-Sprung runtergesprungen. Ihr könnt aber auch einfach einen Goblin-Gleiter benutzen. Oder die lebhafte Drachenfeder. Oder auch andere Items. Je nachdem, was ihr halt noch dann an Toys und anderem Zeug habt. Mein Goblin-Gleiter hatte Kulon, weil ich es mit dem gerade schon verkackt habe. Aber hier kommt ihr eigentlich relativ simpel drauf mit den verschiedenen Mitteln. So, wir klicken den mal an. Und dann haben wir jetzt insgesamt 23 zusammen. Und ja, bald haben wir Halbzeit. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier bei den Koordinaten 49, 39. Und hier unterhalb der Brücke haben wir hier den nächsten Kristall. Und, ähm, da ist es nicht ganz unten, sondern auf der mittleren Ebene bei diesem Felsen hier. Und dann lauft ihr am besten einmal hier runter. Oder ihr könnt hier auch einen Goblin-Gleiter benutzen. Ich versuche mir den jetzt mal zu sparen. Und das mit meinem Druid-Jump einmal hinzukriegen. Heißt, hier rüber, Druid-Jump rüber. Und zack, ihr müsst halt, wenn ihr so einen Jump nicht habt, dann den Goblin-Gleiter benutzen. Und einfach da runterfliegen. So, dann haben wir Nummer 24 damit abgeschlossen. Ich zeige nochmal die Map. Also, hier ist die Brücke. Und von da quasi auf diesen kleinen Vorsprung, auf diesen Felsen drauf. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier oben an den Koordinaten 48, 35. Und hier müssen wir auf so eine dünne Säule drauf springen. Und auf der Säule ist quasi der nächste Kristall. Und wir probieren jetzt einfach mal hier so mit Jump. Und ihr seht, das hat jetzt gerade das erste Mal geklappt bei mir. Also einfach von oben gerade auf die Säule zulaufen. Einmal springen. Und ihr seid tatsächlich direkt oben. Das war jetzt einfacher als gedacht. Ich dachte eigentlich, dass das ziemlich ätzend wird. Aber das war jetzt relativ easy tatsächlich. Es ist einfach nur einen normalen Sprung nach vorne. Und ihr seid eigentlich drauf. Und wie ich hochgelaufen bin, einfach hier hoch. Ihr müsst außenrum. Und dann hier nicht ganz nach oben, sondern auf die mittlere Ebene. Und dann gerade runterspringen. Also hier von dem Vorsprung bin ich gesprungen. Nicht von ganz oben. Dass ihr da im Bilde seid. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier oben angelangt. Auf den Koordinaten 56, 17. Und hier ist es so, dass ihr von oben erstmal ranlauft. Da, wo ich jetzt stehe. Hier. Und hier unten seht ihr, da haben wir diese Kohlenpfanne mit dem Schatz drin und so hingedöns. Und da wollen wir nicht hin, sondern wir wollen hier unten rein. Hier hin. Da. Heißt, wir laufen von oben ran. Lassen uns hier auf diese mittlere Ebene fallen. Und dann können wir einfach hier ganz bequem unten reinlaufen. Und den Splitter einmal rauslooten. Und damit haben wir jetzt Nummer 26. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar befinde ich mich jetzt hier oben auf den Koordinaten 59, 13. Und hier unten haben wir den nächsten Kristall. Und jetzt müssen wir halt hier so ein bisschen uns runterfallen lassen. Ihr seht, hier unten befindet er sich. Da brauchen wir, denke ich mal, keinen Goblin-Gleiter. Wir können einfach hier runterfallen. Und dann einfach rüberlaufen. Das Ding eintüten. Und ja, damit sind wir dann auf 27 insgesamt. Und dann könnt ihr euch einfach runterfallen lassen. Dann werdet ihr von so einem Koreaner aufgeklaubt und wieder nach oben geflogen. Weil sonst lauft ihr ja unten ewig rum. Dann kommen wir zum nächsten Splitter. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 53, 9. Und hier müssen wir in eine Höhle rein, um uns den Splitter hier hinten zu holen. Die befindet sich einfach hier oben. Da kann man über den Weg von unten einfach hochlaufen zu der Höhle. Und dann geht es hier einmal rein in diese Werkstatt. Und dort haben wir dann hinter diesen Fässern hier einmal unseren nächsten Splitter. Und damit sind wir jetzt bei 28 Stück angelangt. Dann kommen wir zum nächsten Splitter. Und zwar befinde ich mich jetzt hier unten bei den Koordinaten 45, 19 bei dem Gewässer. Und da müssen wir uns jetzt hier hochbewegen zu dem nächsten Splitter. Und da müssen wir ein bisschen an den Felsen entlanglaufen. Und zwar, also hier haben wir das Gewässer. Und jetzt müssen wir hier in diese Bucht rein. Und dann hier auf diese Felsen einmal hoch. Mal schauen. Ich glaube, da müssen wir vielleicht nochmal hier einen Ticken rum, dass wir da hinten irgendwo hochkommen. Ja, ich glaube, da sieht es gut aus. Also hier die Felsen hoch. Und dann einfach immer hier am Gestein entlang. Hier rum. Und jetzt müssen wir ganz, ganz nach oben hier lang. Sollen wir mal ein bisschen schauen, dass ihr da ganz entlang schabt. Ich glaube, ich muss mir mal eine Gestalt ausmachen. Der Hirsch ist nämlich ein bisschen breiter. So, okay. Und dann sind wir hier oben an der kleinen Einbuchtung. Und dort haben wir jetzt den Kristall. Den klicken wir an. Und damit haben wir Nummer 29 eingetütet. So, dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 43, 20. Und wir wollen uns jetzt den Kristall hier hinten annehmen. Und dazu will ich hier hinten über das Plateau laufen und ihn dann einmal looten. Also wir sind jetzt hier bei dem Gewässer, bei der Plattform. Jetzt laufen wir einmal hier hinten rum. Und dann an dem Bogen hier vorbei. Und dann hier an der Kante müsste der dann gleich irgendwo dran liegen. Jetzt gucken wir mal. Ah, das seht ihr. Da sieht man schon. Ich war vorher hier unten gestanden und dachte mir, wo ist der zur Hölle? Okay, aber nein, der ist nicht unten, sondern der liegt hier oben einmal drauf. Und man kommt eigentlich hier rüber relativ einfach hin. Also heißt hier hinten starten, hochlaufen und hier einmal wegluten. So, wir sind am nächsten Spot für den nächsten Kristall. Und zwar hier bin ich jetzt auf der Straße bei den Koordinaten 46, 28. Und wir wollen zu diesem Kristall hin. Und wir wollen uns jetzt hier am Felsen quasi interlang schmuggeln bis zum Kristall. Jetzt gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also hier bei dem Gewässer einmal hier den Felsen da hoch. Einfach ein bisschen schmuggeln, bis man da oben ist. Und dann müssen wir jetzt hier entlang laufen an dem Felsen. Hier noch weiter, hier hoch und hier hinter dem Wasserfall befindet sich dann quasi der nächste Kristall. Bei mir Nummer 31. Und dann kommen wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar jetzt hier in dem Lager bei den Koordinaten 43, 33. Und wir wollen uns hier den nächsten Kristall an der Spitze eines kleinen Felssprungs holen. Und dafür müssen wir hier einmal außen rumlaufen. Heißt, wir laufen die Treppe hoch. Gehen dann hier entlang. Ein bisschen vorsichtig. Und ihr seht, da vorne liegt er dann direkt. Anklicken. Eingetütet. Und damit haben wir Nummer 32. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 42, 39. Und hier können wir von oben uns auf so einen Pavillon drauf fallen lassen. Und dort haben wir dann den nächsten Splitter. Der ist einmal da unten. Ich gehe jetzt mal in die Katzengestalt. Kriegen wir ein bisschen weniger Fallschaden. Zack. Einfach drauf fallen lassen. Splitter anklicken. Und fertig ist. Also das ist relativ einfach. Kein Goblin-Gleit oder irgendwas anderes zünden. Einfach nur runterfallen lassen. Das kriege sogar ich hin. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt auf den Koordinaten 46, 49. Und hier unter der Plattform befindet sich der nächste Kristall. Heißt, wir laufen einfach nicht auf die Plattform, sondern drunter. Und hier seht ihr, haben wir den kleinen Kristall. Den können wir einfach anklicken. Und dann habe ich jetzt insgesamt 34. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier oben auf den Koordinaten 41, 47. Und hier unten an dem Vorsprung sollte einmal noch ein Splitter sein. Den werden wir uns jetzt gleich mal holen. Dazu gehen wir in die Katzengestalt und springen mal runter. Ich habe jetzt noch nicht genau ausgemacht, wo er ist. Er muss jetzt irgendwo hier dran sein. Wahrscheinlich müssen wir noch eine Etage drunter. Ah, seht ihr? Da ist er. Okay, deswegen habe ich den von oben und von unten nicht gesehen. Also hier müssen wir entlanglaufen. Und dort haben wir ihn drin. Der war jetzt ein bisschen tricky versteckt. Aber kein Goblin-Gleiter benötigt, sondern einfach easy so eingetütet. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 38, 53. Und hier haben wir den nächsten Splitter. Und der ist tatsächlich relativ einfach. Also hier die Treppen runter. Und dann haben wir hier so einen Balken, der quer liegt. Und da kann man einfach hochlaufen. Und da oben ist das Ding drauf. Ich habe schon befürchtet, dass ich irgendwo von da oben mit dem Goblin-Gleiter runtergleiten muss. Aber nein, den konnte man relativ einfach holen. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 41, 59. Und wir wollen uns nämlich hier unten diesen Splitter hier holen, der sich auf einer Steinsäule befindet. Und da habe ich jetzt gerade schon versucht, normal drauf zu springen. Das hat leider nicht geklappt. Wenn, dann müsst ihr versuchen, kurz vor der Kante einmal loszuspringen. Oder ihr benutzt einen Goblin-Gleiter. Beziehungsweise ich werde jetzt einmal hier dieses Slowfall-Ding einmal benutzen. Und, ah, ja, das hat gut geklappt. Also mit dem Springen könnte es auch klappen. Mit dem Goblin-Gleiter auf jeden Fall. Mit der lebendigen Drachenfeder, dem Toy, hat das jetzt ganz gut geklappt. So, da haben wir das Ding einmal eingetütet. Und jetzt haben wir insgesamt 37. Also ich habe, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, aber das Toy, ne, gibt es im Adenwald. Kann man sich einfach looten. Habe ich, glaube ich, auch schon Achievement, äh, ne, einen Toy-Guide zu gebastelt gehabt. Aber wahrscheinlich kannst du mit dem Goblin-Gleiter auch das relativ easy holen. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar hier bei den Koordinaten 35, 65. Dort haben wir einen NPC, einen Koreaner. Und unter ihr, hier an der Seite, wie ihr seht, befindet sich der nächste Splitter. Und ich habe jetzt schon vorhin versucht, da mit dem Springen hinzukommen. Mal gucken. Ah, diesmal hat es geklappt. Also wenn man direkt, ähm, direkt quasi unter ihr runterspringt, das klappt nicht, weil der Vorsprung hier oben relativ groß ist. Aber von der Seite kann man tatsächlich recht gut reinspringen. Dann einfach hier looten. Und wir haben jetzt mittlerweile den 38. Splitter eingetütet. So, dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar bei den Koordinaten 33, 36. Und dort müssen wir einmal hier an dem Felsen entlang bis zum Splitter hinten rum. Und, ähm, dazu müssen wir hier, äh, links neben den Händlern und der Statue einmal hier rum. Und dann hier bei dem, ja, bewachsenen Felsen rum. Und jetzt gehe ich mal aus der Gestalt raus und tipsel da mal vor. Und ihr seht, hier hinten ist der Kristall drin. Den können wir einmal looten. Und ach ja, ihr kommt hier nicht über das Geländer drüber, warum auch immer. Also ihr müsst tatsächlich euch hier an der Kante entlang, äh, bewegen. Sonst kommt ihr da tatsächlich nicht durch. Das war jetzt insgesamt mein 39. Splitter. So, dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 34, 23. Und wir wollen uns den Splitter hier hinten holen. Und da müssen wir jetzt einmal hier komplett an dem Felsen rumlaufen, um da hinten rumzukommen. Zumindest, ähm, ja, bin ich mir relativ sicher, dass das klappen wird. Ich würde sagen, wir gehen mal los. Also hier hinten von der großen Plattform rum. Dann können wir hier an dem Felsen entlang laufen. Hier ist sogar relativ viel Platz im Gegensatz zu manch anderen Stellen, wo es doch ein bisschen enger war, wo man langsam rumtapseln musste. Hier geht es tatsächlich recht gut. Und dann laufen wir hier oben auf das bisschen größere, diese größere Ebene. Und hier ist einmal der Kristall. Den klicken wir an. Und damit habe ich jetzt die 40 tatsächlich geknackt. Und ich würde sagen, die letzten 10, die holen wir uns jetzt auch noch. Dann sind wir am nächsten Spot. Ihr seht schon unter Wasser. Wir sind einmal auf den Koordinaten 31, 27. Einfach in den See reinschwimmen. Und dann relativ in der Mitte vom See müsst ihr nach unten tauchen. Dort liegt da so eine, ja, halb kaputte Statue. Und in der Statue drin hier liegt dann der Kristall. Und damit haben wir insgesamt 41 Kristalle. Also ich fliege, äh, oder ich schwimme mal hochfliegen, tue ich ja nicht. Hier relativ mittig. Da bei der Glocke könnt ihr ja runterschwimmen. Und da liegt dann die Statue. So, dann sind wir am nächsten Spot. Ich befinde mich hier auf den Koordinaten 27, 19. Und ich zeige euch mal, wo wir den Splitter hier oben finden können, der über den Torbögen sich befindet. Ich bin relativ weit weg, wie ihr hier seht. Wir müssen nämlich einen relativ langen Anfallsweg auf uns nehmen. Und zwar, wenn ihr hier steht, also einmal, ähm, hier unten ist ja öfter mal der World Boss, hier oben. Dann können wir hier an der Seite bei dem Engel einmal hier hochlaufen. Und dann müssen wir jetzt hier ganz an der Wand einmal entlanglaufen. Da sind immer mal wieder Lücken drin. Also müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Am besten immer ganz an der Wand. Und, ähm, vielleicht in der Reisegestalt nicht so ganz gut, weil jemand mal hängen bleibt. Genau, dann hier rum. Da rum und dann einmal hier hoch. So, und dann seht ihr, haben wir hier den Torbogen. Und auf dem Torbogen müssen wir jetzt drauf springen. Und da haben wir dann einmal den Kristall. Also ist ein bisschen mit Umwegen, aber wenn ihr ganz, ganz den Pfad am Felsen entlang folgt, dann geht's eigentlich. Und damit haben wir jetzt den 42. Splitter eingesammelt. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar befinde ich mich jetzt hier ganz oben auf den Koordinaten 24, 18. Und hier ist es relativ einfach. In einem Bücherregal, das können wir einfach anklicken. Und dann haben wir jetzt insgesamt 43 Splitter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar jetzt auf den Koordinaten 26, 22. Und dort, wo normalerweise der World Boss steht, sind ein paar Fässer. Und hinter den Fässern hier auf der rechten Seite können wir einfach einen Splitter einklicken. Dann haben wir jetzt Nummer 44. Und wir brauchen jetzt nur noch einen einzigen hier in der offenen Welt. Und die restlichen sind dann tatsächlich in den Instanzen. So, dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar bin ich jetzt einmal auf den Koordinaten 25, 21. Und hier wollen wir uns jetzt den letzten Splitter in der Bastion holen. Und dafür laufen wir hier diesen kleinen Bach einmal runter. Und dann haben wir hier diesen Splitter auf einer Säule. Und der Sprung ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwerer. Ich muss nämlich jetzt hier auf dem Stein etwa in der Mitte losspringen. Jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen. Okay, wir sind halt voll daran vorbeigesprungen. Wir laufen jetzt nochmal hoch und probieren es gleich nochmal aus. So schwer ist es eigentlich. Ich war vorher tatsächlich auch schon mal oben. Und, ähm, naja, hab's dann geschafft, dass ich irgendwie runtergefallen bin. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Also, wir laufen nochmal hier den Bach lang. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt auch ein paar Tries brauchen. Und dann müssen wir einmal hier das Ding anvisieren. Sprung. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt klicken wir einmal den Splitter an. Und tadaa, wir haben jetzt insgesamt 45 fertig. Äh, ich empfehle euch vielleicht die Mobs dann hier mal wegzumachen. Hier sind ein Haufen Elite-Mobs. Und da kriegt man schon ganz gut auf die Mütze, wenn man die nicht killt. Gut, jetzt mit 45 fertigen haben wir jetzt noch 5 Stück über. Davon sind jetzt 5 Stück, ähm, oder 2, glaube ich, hier einmal in der Instanz und 2 in der anderen, also, ne, 3 in den Spitzen des Aufstiegs und 2 in der nekrotischen Schneise. Die werden wir uns jetzt dann auch gleich noch holen. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt in der nekrotischen Schneise. Ich bin jetzt hier einfach in NRC reingelaufen. Als Rude habe ich ja den Vorteil, kann durchstaffen, habe den ersten Boss umgeboxt. Das geht mit halbwegs vernünftigen Gear am Normal relativ einfach. Und dann laufen wir hier hoch. Und hier oben, bei dieser zerbrochenen Glocke in der Ecke, haben wir dann den ersten Splitter hier im Dungeon, beziehungsweise von mir insgesamt Nummer 46. Und den zweiten Splitter, den schauen wir uns dann auch gleich an. Ähm, der befindet sich nämlich einmal hier oben. Da werden wir jetzt mal als nächstes hinstealfen und den mal uns angucken. Da müssen wir hier nochmal vorbei. Ihr könnt natürlich das auch in einer anderen Schwierigkeitsstufe machen. Ähm, oder halt auch in der Gruppe, in euch einfach ganz normal rein queuen. Ich mache das jetzt hier als Druid, ähm, ja, Solo. Gegebenerweise wegen später Stunde. Und ich habe halt keine Lust, die komplette Instanz einmal durchzuspielen. Also, hier müsste dann der nächste sein. Hier müssen wir hoch einmal. Und dann irgendwo hier oben drauf. Jetzt gucken wir mal. Ah, seht ihr? Hier hinten rum müssen wir. Da können wir das Ding anklicken. Und dann sind wir eigentlich hier auch in der Instanz schon durch. Den ersten Boss müsst ihr übrigens töten. Hier könnt ihr nicht vorbeistaffen, weil hier eine unsichtbare Wand ist. So als kleine Randinformation. So, dann kommen wir zum nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt in der Spitzen des Aufstiegs. Und wir sind jetzt hier einmal nach dem ersten Boss. Und hier oben, links in der Ecke, liegt der erste Splitter in der Instanz. Und zwar hier hinten drin. Den können wir einfach aufsammeln. Und dann müssen wir hier noch ein paar mehr Bosse in der Instanz umklopfen, um an die anderen beiden ranzukommen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar immer noch in den Spitzen des Aufstiegs. Und jetzt haben wir den zweiten Boss besiegt. Und hier links bei der Fackel haben wir den Splitter. Und zwar seht ihr den hier. Jetzt muss ich bloß mal so langsam dran hopsen. Dann muss man nämlich immer einen Blickkontakt haben, dass man ihn aufmachen kann. Und so, da machen wir ihn auf. Und dann war es auch nur noch ein einziger Splitter, den wir jetzt brauchen. Und den haben wir eine Plattform weiter. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns natürlich immer noch in der Instanz Spitzen des Aufstiegs. Jetzt sind wir in der Plattform vom vorletzten Boss. Und hier haben wir an der Ecke so eine kleine Spitze raus, wo wir eigentlich mit den Walküren hier hochfliegen zum Endboss. Und hier haben wir diesen kleinen letzten Kristall. Den können wir jetzt anklicken. Und damit, tada, poppt unser Achievement auf. Und dementsprechend haben wir jetzt alle 50 Dinger gesammelt. 45 in der Bastion. Dann 3 hier in der Instanz. Und 2 in der anderen Instanz drüben. Insgesamt 50 Stück. Und jetzt mit dem Achievement haben wir die Möglichkeit, wie ich es euch am Anfang schon erzählt habe, einmal hier die Kiste zu öffnen. und dementsprechend das Mount rauszuluten. Das wird aber jetzt nicht Teil von diesem Video, sondern das gucken wir uns dann im Mount Guide mit an. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt insgesamt 3 Stunden und 5 Minuten gebraucht. Also doch eine ganze Weile. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fix ihr unterwegs wart. Und welches euch am meisten aufgeregt hat. Welches von den Splitterdingern. Bei mir war es definitiv das hier unten. Das habe ich als zweites versucht und glaube ich dann irgendwie als zehntes oder zwölftes erst hingekriegt, weil ich einige Goblin-Gleiter verschlissen habe. Wir sind aber zum Glück jetzt durch und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich vor, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.